Weiter geht es mit einer neuen düsteren Folge Banishers Ghost of New Eden. Freut mich, dass du da draußen wieder rein banischst und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, bewerten, kommentieren, nehmt euch die wenigen Sekunden, um hier ein bisschen Support dazulassen. Es geht super schnell, es geht super schnell, es ist so unglaublich wichtig. Es ist wirklich so unglaublich wichtig, dass solche Let's Plays, solche Projekte hier bestehen haben. Denn no Support ist hart. Mach ich ja, mach ich ja, ich habe jetzt hier so eine neue Powerflinte. Boah. Und let's go. Der ist schon mal weg. Kann ich sie danach wiederholen? Naja, sie macht halt deutlich mehr Damage gegen Besessene. 65 Schaden. Crazy Mother F. Boah, Wölfchen ist auch noch kaputt. So will ich das sehen, meine Damen und Herren. So will ich das sehen. Ja, sie kann gut austeilen. Sobald irgendwas in eine Gestalt gefahren ist, macht sie den harten Damage und eher eben gegen die Schemen. Zerstöre die Geisterschutzvorrichtungen, wenn du mich wieder an deiner Seite haben willst. Geisterschutzvorrichtung ist wo, Liebling? Etwas ist hier. Im Verborgenen. Viel besser. Direkt mal durchladen, das Baby hier drüben. Weiter geht's. Wait a minute. Hier kann ich in die leeren Welt hineinwandeln. Aber wir wollen doch hier drüben zum Schiff. Oder nicht? Let's do it. Ist es dann eine Geiselbeschwörung? Oder ne... Ich mach mal das hier. Fügt euch und zeigt euch! Ich bin bereit. Boah. Headshot. Was finde da? Alter. Boah. Jetzt ist sie plötzlich eine fette alte Oma. Nee. Der ist nicht in meinem Fanclub. Boah. 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 Ein wütender Fischer. Herr Fischer! Schauen Sie auf! Alter! Okay, sie macht nicht wirklich Damage. Macht alle gerade nicht wirklich Damage. Nee. Das ist gerade nicht das Gelbe vom Eilen. Vorsicht! Verschwinde endlich! Schlapper hier mal in den Trunk. Uff. Okay, ich muss wirklich seine alte Butterbirne treffen. Ärger im Anflug. Bin dran, so gut ich kann. Geil, Mann. Vorsicht! Alter, das gibt es so nicht, dass ich ihn jetzt hier nicht treffe. Du kannst mich euch um Hilfe bitten. Ah, jetzt kommt Elite-Juwel. Jetzt, wo ich Fatty McGurken bezwungen habe. Was ist das denn hier? Was ist das denn für ein riesiges Vieh? Saurier-Knochen, weil das ist garantiert kein Wal. Wal hat nämlich keine Klauen. Huh. I don't know. Küstenkerzen. Alles mitnehmen. Was geht's? Nee, gegen die Dinger können wir leider noch nichts machen. Was für ein Name. Gefällt mir. Sehr untypisch. Hier sind diese Wurzeln. Das ist irgendeine Fähigkeit, die uns fehlt, die noch kommt. Irgendwann mal in 2000 Jahren. Ich frage mich, wann wir das erlernen. Was siehst du, meine Liebe? Ein Fischerboot, hm? Ist doch glaubwürdiger als eine Galeone. Das ist doch keine Walreste, oder? Was ist das? Wir folgen dem Glattwal, doch. Nun schon seit drei ganzen Tagen. Ein schlaues Biest. Er schüttelt uns immer wieder ab. Aber wir konnten es jedes Mal wiederfinden. Wir haben den Glattwal erlegt. Er ist an den Rumpf gebunden. Seine dunklen Augen beobachten mich schwarz wie die einst verwundeten Leviathans. Voller Hass. Unser Kielwasser ist blutrot gefärbt. Wir werden genug Öl haben, um durch den Winter zu kommen. Abenteuer. Klingt nach Spaß. Manchmal bist du wie ein kleines Kind. Ja, Wale niedermetzeln. Klingt schon geil. Hier an Bord haben wir eine wütende Walseele. Lässig. Aber das Wurzelwerk hier macht uns das Leben schwer. Klingt auch irgendwie nicht gerade angenehm. So, jetzt komme ich hier runter. Diese Schämen, die auf Pflanzensaft aus sind, mochte ich noch nie. Ne. Ne. Ich glaube, da geht erstmal gar nichts. Schade. Warte. Was ist hier? Nichts. Leinen. Aber sonst nichts. Mies. Dann sind wir wohl erstmal hier durch. Was ist denn unser Weg? Wo will er denn hin? Der Meister. Hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Ja, aber das kann ja auch täuschen, ne? Trügerisch. Oder was meinst du, meine Hübsche? Die Brücke ist oben. Ich frage mich, weshalb. Um Leute hier zu behalten oder etwas fernzuhalten. Hast du das gespürt? Es ist nah. Ja, um Typen wie mich fernzuhalten. Hier. Hm. Ja, Schotten mögen kein Wasser. Ich bitte um Einlass. Was lauert auf uns? An die Arbeit, Verbanne. Was lauert auf uns? Jetzt bin ich ja wieder hier. Ich muss mir erst zu diesem... Zu diesem Fragezeichen. Hier will er hin. Wie will er das machen? Was ist das hier? Treffe ich von hier nicht. Das Boot hier drüben ist Schrott. Ich glaube, ich kann die Brücke runterschießen. Ja. Von hier. Und hier sucht, glaube ich, noch eine kleine Truhe. So, jetzt habe ich das schon mal auf der Seite runtergeshootet. Da muss hier ja auch irgendwas sein. Ah, der Winkel ist entscheidend. Das werden die Leute aber nicht gut auffassen, wenn ich denen die Brücke da runterschieße. Aber bis jetzt sieht alles auch ziemlich menschenleer aus, ne? Hallo? Irgendjemand hier? Von innen verschlossen. Du bist ein Geist. Also... Kannst du nicht da irgendwas machen? Mal ganz ehrlich. Ich meine, wenn nicht du, wer dann? Wenn nicht du, wer dann? Dass sie da nicht einfach reingehen kann, dann ihren Power-Schreider macht und bumm, ist der Riegel doch geplatzt. Ich meine, sie kann ja ganze Felsen damit zerstören. Was spricht also gegen einen kleinen Riegel? Müsste sie ja eigentlich auch easy zersprengen können. Oder liege ich da komplett falsch? Ich hätte jetzt direkt zerballert. Das Dorf in den Eggen. Hallo? Jemand zu Hause? Wo sind alle? Mysteriös, oder? Hallo? 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 Ach, mysteriöse Geräusche. Was ist das denn hier? Tja, die Sache gefällt mir nicht. Ahoi, ahoi! Steckbrief. Sieht aus wie ein Laden. Selbst er ist leer. Ich kann sie nicht mal beklauen. Wie deprimierend. Was ist das hier? Bäckerei. Es sieht wirklich relativ normal aus eigentlich. Also, keine Spuren von Elend und Zerstörung. Oder Leid oder Hunger. Es sieht alles so üppig aus hier. Aber jeder ignoriert mich. Und verlassen kann es ja nicht wirklich sein. Hier brennen ja Fackeln und... Hier kann man auch rasten. Hier brennt eine Kerze. Sie muss hier irgendjemand angezündet haben. Ich muss sagen, ich finde die Geräuschkulisse haben die immer ganz gut bedrohlich hinbekommen. Okay, sobald eine Truhe einen Schlüssel braucht, kann was Dickes drin sein. Du kommst in ein Dorf, alles ist verlassen. Das erste, was du machst, plündern. Da schlägt das Schottenherz hoch. McMoney's Sack. Fairfax. Na, da war was. Ah, wir müssen aber da eh nochmal hin. Aber ich hole es, bevor ich es vergesse. Ich werde beten, dass mein Glaube, unser Glaube, der Glaube aller in Juiden mit kaltem Eisen und Gottes flammenden Licht verteidigt wird. Ich werde beten, auch wenn der Dämonen gewaltiger Zorn meine Seele in Gefahr bringen wird. Ich bete, dass unser Vertrauen in ihn ist. Ich bete, dass unser Vertrauen in ihn ist. Perfax. 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 Die Ironie ist vom Pech verfolgt. Und obwohl es mich beschämt, dies zuzugeben, das Böse weilt unter uns. Wir beide sind bewandert in diesen Angelegenheiten. Aber ich bin ein Mann von hohem Rang. Und ihr, werte Herr, seid der Mann fürs Praktische. Geht und sprecht mit den Leuten. Begebt euch unter sie. Bringt in Erfahrung, wer insgeheim mit dem Teufel paktiert, sodass wir dieses Übel herausschneiden können. Ist eine Hexenjagd weise? Hier und jetzt? Nun, es ist nicht nur weise, es ist unumgänglich. Dieser Diener des Teufels hat eine Seuche über meine Gemeinde gebracht. Bilzebub selbst begehrt unsere Vernichtung. Zuerst verdirbt er das Fleisch. Und später, wenn wir alle geschwächt sind, den Geist. Es spielt uns gegeneinander aus. Die Gemeinde wird durch Misstrauen erneut in zwei gerissen, denn jeder verdächtigt jeden. All das, um meine Anhänger zu verwirren und sie vom göttlichen Pfad der Tugend abzubringen. Wieso denkt ihr, dass eine Hexe ihre Finger im Spiel hat? Ich bin ein Mann Gottes und der Wissenschaft, werter Herr. Ich kann die Zeichen deuten. Wenn eine angeblich mysteriöse Krankheit über Nacht die Hälfte meiner Leute befällt, kann es nur einen Schuldigen dafür geben. Den Teufel, mein Herr! Wahrscheinlich agiert er durch einen seiner Diener, denn ich habe sofort erkannt, dass das Wasser im Brunnen vergiftet wurde. Es gibt hier keine Fremden. Eure Wenigkeit ausgenommen. Niemand ist geflohen. Die oder wohl eher der Schuldige befindet sich noch im Dorf. Das Böse besteht, das Böse wird stärker, aber diese Hexe wird ihre Taten bereuen oder der Hexenmeister. So war es und so wird es werden. Vor einigen Jahren, vielleicht habt ihr davon gehört, machte ich mir durch die Hinrichtung einer üblen Hexe einen Namen. Es schmerzt mich, dass es wieder sein muss. Die Krankheit. Erzählt mir mehr davon. Direkt nach meiner Ankunft hier in den Harrows begann ich damit, das Land mit geweihten Talismanen zu schützen. Bewahrt vor dem Fluch fühlten wir uns alle sicherer. Eine Zeit lang. Dann vergiftete jemand den Brunnen. Unsere einzige Wasserquelle. Das muss einer von uns gewesen sein. Verdorbenes Wasser beweist gar nichts. Guter Punkt, Verbanner. Das wäre vielleicht richtig, wenn wir nicht seit Monaten ohne Unterbrechung ganz offensichtlich von einem furchtbaren Fluch heimgesucht würden. Auf die eine oder andere Weise konnte der Teufel einen seiner Anhänger hier einschleusen. Und wer weiß, was der niederträchtige Höllenfürst als nächstes im Schilde führt. Eure Geisterschutzvorrichtungen sind interessant. Geisterschutzvorrichtungen? Interessant. Ich nenne sie Heiligmacher. Ein Name, der meiner Gemeinde Hoffnung schenkt. Für so etwas benötigt man ein solides Verständnis des Okkulten. Wo habt ihr das gelernt? Etienne Rulli, einer der großartigsten Dämonologen unserer Zeit, ist ein guter Freund von mir. Ich habe seine Arbeit verbessert. Warum habt ihr die nicht in New Eden eingesetzt, wo der Fluch begann? Es war schwieriger, die gesamte Kongregation von der Notwendigkeit von Magie zu überzeugen. Die Menschen hier vertrauen auf meine unleugbare Integrität. In eurer Position weiß man doch, was in seiner eigenen Gemeinde vor sich geht. Aber selbstverständlich weiß ich alles, was es zu wissen gibt. Oder fast alles. Stellt mir eure Fragen, werter Herr. Seid nicht schüchtern. Wie geht es in der Kolonie? Mein Herr, des Gemeinwesen ist eine schwere Bürde. Der Teufel gibt sich nicht damit zufrieden, das Fleisch zu schwächen. Er greift auch Herz und Verstand an. Bis ihr den Übeltäter entlarvt habt, wird die Harmonie in unserem göttlich-schönen Commonwealth durch Misstrauen gestört sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt Zwist unter den Menschen hier. Wie wurdet ihr, ein Mann von Rang und Glauben, zum Dämonologen? Ah, nun, wenn ihr einen Moment Geduld aufbringen könnt, werde ich es euch gern erklären, ohne auszuschweifen. Der Herr hat mich nicht nur mit Intellekt und Glauben gesegnet, sondern auch mit den Mitteln für eine Ausbildung. Mit der Zeit und dem Ort zum Lernen. Mein Vater war eine Weile der Schüler von Henry Bogwit, dem großen Dämonologen. Er hatte die Bücher, ich das Talent. Nach seinem Ableben übernahm ich das Zepter. Mein Vater lehrte mich, was Pflicht bedeutet. Ich habe Gaben, Glaube, Intellekt, Rang. Diese gilt es für meine Anhänger zu schützen. Das ist meine Pflicht. Das ist meine Bürde. Euer Sohn, wie würdet ihr ihn beschreiben? Lamentation, wie würde ich ihn beschreiben? Ich, nun, er ist neugierig, wissbegierig, meine ich. Nicht unbedingt absonderlich. Obwohl das auch hin und wieder zutrifft. Ich wollte ihn in Dämonologie unterrichten, zur dritten Generation Hexenjäger ausbilden. Aber er zeigte keine Veranlagung dafür. Okkultes Wissen wäre nur verwirrend für seinen guten Geist. Im Herzen ist er ein naiver Junge, der viel liest, aber wenig spricht. Ich bin kein Hexenjäger. Mich beschäftigen nur die verweilenden Toten. Gegen Bezahlung, ja, ich weiß. Aber ihr könnt nicht abstreiten, dass es das Böse gibt. Vor einigen Jahren musste ich so eine Bedrohung eliminieren. Wie hat sich das Böse gezeigt? Sie brachte eine Plage über uns. Keine gewöhnlichen Poppen. Das war das Werk des Teufels. Die Menschen fielen um wie die Fliegen. Bis sie starb. Dank der Güte und Gnade Gottes wurde sie entlarvt. Die Ehre, ihm zu dienen und sie in die Hölle fahren zu lassen, wo sie hingehörte, gebührte mir. Sie konnte sich gut verstellen. Sie sah aus, als könnte sie keiner Pflege etwas zu Leide tun. Aber einen Mann Gottes und der Wissenschaft kann man nicht so einfach täuschen. Nein, mein Herr, wahrlich nicht. Nehmt es mir nicht übel, aber dafür, dass dies das Paradies für Puritaner sein soll, gibt es hier auffällig viele Hexen. Gott hat sich nicht von uns abgewandt. Aber jemand hier verrichtet das Werk des Teufels. Findet die Hexe, Mr. McGrath. Macht aus diesem Land wieder einen Ort Gottes. Ich muss mir meine Brötchen selbst verdienen, Gouverneur. Aber der Herr bezahlt sich ja gern. Ich werde tun, was ich kann. Ich verabschiede mich, Gouverneur. Selbstverständlich. Bitte nehmt die Treppe. Solange ihr hier seid, soll euch das erste Haus auf der linken Seite als Zuhause dienen. Ja, ich weiß nicht. Kann man ihm trauen? Was meint ihr so? Ein rechtschaffender Mann Gottes. Das verrät mir nur eins. Er verbirgt etwas. Ich würde zu gern herausfinden, was die Krankheit verursacht. Vielleicht ist das selbst und versucht, sich aufzuspielen. Könnte ja sein, ne? Na gut, Leute. Ich würde sagen, wie das Ganze ja weitergeht mit der großen Hexenjagd, das erfahren wir beim nächsten Mal. Ist das vielleicht ne Hexe? Wer weiß. Bewerten. Kommentieren. Ja. Das macht eigentlich schon Bock, das zu spielen. Das ist nämlich ein Spiel, das nehme ich auch zu Hause im Keller auf, während alle anderen schlafen. Da arbeitet der Papa hier unten noch im Keller. Ich bin so ein richtiger Dad geworden. Voll Bad, im Keller sitzen und Videospiele aufnehmen. Gott, wie schnell man Klischee wird. Ja, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Wir werden kommentieren. Auf Wiedersehen. Und... stopped. Bis zum nächsten Mal.